wir könnten uns auch mal überlegen schon mal die grafit sachen und sowas fertig zu machen ich weiß gar nicht was braucht man dafür denn nein also grafit läuft ja das kriegen wir als erz aber ich meinte die reaktorzellen nein casing so weil die brauchen nämlich diese basic plating und da müssen mit einem shapesmelter lead plate und grafit dust haben wir hier irgendwo ein shapesmelter ja aber da ist was drin haben wir noch einen zufällig wir haben rein zufällig einen mv das ist aber nett ich reiß mal kurz die anderen beiden sachen weg hier so hoppa was meinst du wir brauchen wir brauchen eigentlich gar nicht so viele ich habe voll viel machen lassen so ein kabel so chest dann einmal den ganzen grafit das den wir haben so und pali plates das wird viel zu viel sein das kann ich so schon sagen egal okay das läuft durch das dauert auch überhaupt nicht lange okay das wird nicht viel zu viel sein das wird wahrscheinlich sogar noch zu wenig sein so nochmal ein bisschen mehr polyethylen so ich warte du kannst du samstag ah ne samstag streamen wir dann ja das heißt wir sehen warum ist hier mehr produzieren als hier 100 reinpumpen können da okay so einfach mal überall ein upgrade reinpacken auch wenn wir es glaube ich nicht brauchen so und hier noch einmal wird es jetzt weniger ja so oh der vorletzte ist voll ne er ist beim vorletzten so rum ja na ja oh der rest ist aber auch nicht mehr voll er lässt man auch er lässt man auch wir haben nicht genug strom ach du scheiße ich glaube du hast die gleiche idee wie ich oder ja unser dampf ist leer scheiße bestimmt sind die importer zu langsam da hinten glaube ich nicht doch ich glaube schon die können keinen reinhalten ja die sind zu langsam ja dann pack da mal karten rein wir sind voll was mit karten wir müssen da irgendwie ein hopper mit upgrades reinpacken das in der drum und das irgendwie storage muss dran ähm ne storage muss einfach dran geht nicht haben wir schon ausprobiert das ist viel zu langsam eine alternative achso genau wir wollten ne hopper drum und zwei importbuster wollten wir machen das wäre ne möglichkeit das wäre die alternative gewesen die müssen wir auch machen ok äh nimmst du die hopper mit upgrades dann nehme ich die kabel ja warte äh hopper ne ja doch was soll ich machen welche drums ne man vielleicht scheißegal ey kannst du nicht einfach so ne drum dran packen da braucht doch gar kein hopper oder einfach nur so den hopper stimmt ah der war auch geascht ja doch ein drum ist hübscher war es drin jo also zumindest jetzt gerade pumpte ordentlich was raus ja gut wir können ja gleich vielleicht noch einen dritten reinpacken langsam ja baue ich dann gleich noch drum äh packst du mal überall die karten rein ja gleich geht grad einfacher so achso achso äh hier ich hab welche ne mit da ich meine ich denkst du schnell ne drum bestellen nehm keiner achso oh ich glaub das wasser ding ist wieder durch nicht äh ne zwei stück reichen was der hier vorne ist leer zwei stück reichen alles gut also so warte mal curve platten gegen wie mit normalen platten in ich hab absolut keine ahnung mehr wow wo sind die äh äh ich habe nur eine böse befürchtung dass es immer noch nicht reichen wird und die pumpen wieder durch sind wie sieht es denn aus ne reicht immer noch nicht wie die ja und die anderen sind noch nicht warum pumpen die da noch nicht leer äh warte vielleicht sind die channels voll unten ne alle online ich lass jetzt hier irgendwie der inpunkt leer ist guck mal ob die channel ist äh ne 25 von 32 sollte reichen 4 von 8 überall ja das sollte reichen ja die dafür brauchen die mal jetzt ja doch jetzt fängt der hier an der zu ja die brauchen wahrscheinlich auch mal oh nein weißt du was das bedeutet wir haben jetzt gerade noch ein Backlog wir produzieren aktuell also wir pumpen mehr als wir eigentlich produzieren das System und das reicht nicht dann pack doch einfach irgendeine drum dahin so warte wir haben hier bronze ja gut bronze vielleicht warum das war egal welche war das er macht ja nicht mehr als 32 Tauben ja aber du ja wobei stimmt der tick sollte auch egal sein das ist scheißegal so dann gucken wir jetzt mal weil ja scheißegal ist nicht weil die haben hier nämlich so ungefähr 8000 immer rein ja der zweimal ist da ja deswegen dann reicht das noch ich guck mal nach ich sag das reicht immer noch nicht ne reicht immer noch nicht aber gut vielleicht läuft das auch erstmal alles voll hier hinten noch vielleicht war es nicht die beste Idee auf hv zu gehen das ist irgendwie nix ne gute Idee naja das sowieso laufen nicht voll wohl doch ne ne äh hier läuft grad irgendwie gar nichts mehr kann das sein ja wahrscheinlich ist grad alles der gelaufen so okay immerhin Hydrogen ist bis auf beim vordersten voll warum ist der vorderste nicht voll mit Hydrogen mit der hier noch ne ah jetzt geht er voll langsam okay äh das reicht nicht wir müssen ein paar abklemmen glaube ich warum doch der hat der der hat der hopper noch voll gemacht hier deswegen ja ich rede vom Strom so ja weil wenn du nur guckst das reicht vorn und hinten nicht aus ja vielleicht klimme das mal ganz kurz alles ab warum warum damit wieder alles voll läuft vielleicht wird tatsächlich die beste die richtige Idee wir versuchen jetzt erstmal ein bisschen Brennstoff hinzukriegen und lassen sozusagen erstmal nur das System hier an dem Reaktor laufen ja wobei ne Reaktor kriegen wir jetzt nicht mehr hin shit hab selbst das abgestellt und dann sehen wir nochmal ja weil jetzt halt überall und nirgends äh wieder das reinlaufen muss das ist normal so Grafit dennoch ein wenig oh ich hab keine Liedplatten mehr okay wir brauchen eindeutig mehr Liedplatten okay irgendwas produziert der gerade shit mhm ah du hast keine Exploration Cards in die Importer gepackt kein Wunder das wird nicht aber ich sag das glaub ich mach ja hast du jetzt hier hinten immer noch abgeklemmt oder ja ja ich klemm nochmal welch ein Wunder jetzt seh ich gerade ja ich klemm hier noch mal wieder an ö Wo hast du denn abgeklemmt? Die Kante sind... Ach, da, okay. Oh, welcher Wunder, das Ziel ist ja wieder voll. So, mal gucken, wie lange. Also, Channels sind noch nicht da? Ja, ich sehe es, ich bin im Interface. Es wird auf jeden Fall Strukturen voller gerade. Oh, jetzt bin ich online gewesen. Ja, jetzt sind sie online. Es wird immer noch gut voll. Okay, ja Gott, dann... Haben wir Glück. Wird weniger? Ja, wird nicht weniger, aber wird langsam voller nur noch. Ja gut, langsam voller reicht. Also, das muss jetzt ja nur erstmal durchlaufen bis zum nächsten Mal. Von daher ist es egal. So, was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eigentlich wirklich XP. Weil wir müssen Sea-Verfishings irgendwie... ...hinkriegen. So. Und wir gehen... Ey, wir können auch ins End gehen und da... ...an den haben wir erstmal so 90 Level. Ja, gehen wir ins End. Mal fliegen können, was? Ne, gehen wir ins End. Kommen wir gar nicht ins End, ne? Ich glaube nicht. Doch, es gibt doch einen Endcake. Sicher? Aua! Wo? Ja, doch. Oh, ne, es geht sogar. Äh. Ne, das... Ach, du Schande. Der Improof-Nurfer geht sogar auch noch. ASS ist, äh... ...Aus-Nurfer... ...Äh... ...Au... ...Au... ...Wann hat... ...Aau... Warte, das muss ich jetzt mal ganz kurz testen. Wollte ich gerade sagen, kannst du auf den Testserver gehen. Für sowas haben wir den ja. Mich interessiert mal, wie sieht es eigentlich aus mit unserem Glowstone? Das wird auch weniger. Das ist nicht gut. Ich mach einfach noch einen neuen Sieg mit das. Warte mal, was brauchen wir denn noch? Wir haben Steel Plates, Tough Alloy Plates. Basic Plating werden gemacht. Wir haben eigentlich alles, um den Reaktor zu machen. Wollen wir den noch machen oder heute dann lieber nicht mehr? Ja, vor allem, weil jetzt gerade Farabon rausgepumpt wird. So, was fehlt da denn? Warte mal, was ist das denn? Das ist... Boron Field. Boron und Stahl. Aber Boron sollte noch ein bisschen was drin sein. Man produziert das ja. Oh, dark. Das ist irgendwie gefühlt nichts. Was ist denn drin? 100. Ja, das ist doch schon eine ganze Menge. Ich habe immer noch 32. Also wir könnten vielleicht versuchen, das noch hinzukriegen. Ich glaube, das schaffen wir sogar noch. Ich schmeiß das mal schon mal zu Platten machen. Ja, wobei, du wolltest es vielleicht ein bisschen früher ausmachen lieber, oder? Mhm. Wenn ich sage, mir egal. Ist das ein Argument? Nehme ich mal als Nein. Nein. So, ähm, wie läuft das denn hier gerade? Hallöchen Phil, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hallöchen. Jetzt kommen sie alle raus. Jetzt kommen sie alle, jetzt kommen sie alle. Da, wo am Ende hier schon ist. So, Molten-Feroborn, Molten-Boron, Lithium, ah, da, Taff-Aloy. Gut. Weißt du, wer hier auch versteckt mit dabei ist? Na? Marek. Echt jetzt? Ja. Okay. Joa, ist halt so. Erwischt. Erwischt. Danke dir, Phil, für den Host. Und Hallöchen an alle, die von Phil da sind. So, wir haben ganz schön viel tatsächlich. Ähm, gut, danke für deine Hilfe. Kein Problem. So, ein bisschen Stahl durchballern. Also, ich glaube tatsächlich, das geht von der Zeit her noch. Wenn wir jetzt alles für den Controller haben. Ja, wobei, ich glaube, die Kuhle haben relativ lang gebraucht, oder? Äh, ja, 20 Sekunden jeweils. Na gut, ich glaube, das ist ein bisschen viel, oder? Ja. Das schaffen wir heute nicht mehr. Ich habe vielleicht ein bisschen viel Lithium reingeschmissen. Zehn, zehn Minuten. Egal. So, was haben wir denn hier? Boron? Kein Faroborn? Hauptsache, du schreist mich einfach an. Danke dir für deine Host. Schreist mich einfach an. Musst einen Augenblick auch warten, am besten. Darf ich das nicht. Nein. So. So, du darfst mich nicht anschreien. War ich doch sowieso. Nein, du doch nicht. Und wer denn noch sehr viel? Ja, du willst schlafen, hast du gesagt. So eine Dreiviertelstunde ohne Wiese. Eine halbe Stunde ist verkraftbar. Dann bin ich die ganze Zuschauer wieder weg. Wahrscheinlich. So. Ja, das heißt, wir kriegen jetzt jede Menge. Ich muss den Alias noch machen. Ach so, ausschreiben wir schon. Ja. Guck mal. Alle Abonnieren. Ja, ab 500 Abos gibt es nicht. Community-Projekt habe ich gehört. Ja, aber natürlich nur mit Bezahlen. Mit Spiel-Dings da. Müssen bezahlen. Ja, Minimum. Ist ja. Mindestens zweieinhalbtausend. Pro Tag. Nachher glaubt das wirklich noch irgendjemand. Pro Spielstunde. So, das wird erstmal geklippt. Und auch wieder. Ja, also wir haben eigentlich alles. Drinnen? Ja. Es fehlt tatsächlich nur Zeit. Also sind noch 200 Ingits frei. Also... Ja doch, ich starte noch weiter. Was denn? Nee, musst du nicht sonst. Na gut. Nee, also wenn du eh ein paar Minuten ausmachen willst, dann lohnt sich das nicht. So. Ich würde tatsächlich versuchen, noch das Tough-Aloy irgendwie wegzukriegen. Ich glaube aber, wir schaffen das gar nicht von der Zeit her. Ach du scheiße, ich wollte das ja nicht Smeltree bitte gemacht. Ja, ein bisschen zu voll, glaube ich. Also... Also tatsächlich ist das nicht mal unbedingt, äh... Das Bottleneck. Und ich rede schon wieder immer wieder zur Seite. Was auf jeden Fall das Bottleneck ist, ist, dass das, äh... Verschmelzen so lange dauert hier. Also irgendwas haben die da ganz runtergestellt, glaube ich. Ähm, ja, weil Farrowbone haben wir halt noch 15 Blöcke, also... Das dauert sonst nie so lange. Wo mir schlimm ist, aber wir kriegen Farrowbone Plus. Also, das ist echt krank, wie lange das alles dauert. Gut. Dann würde ich aber tatsächlich sagen, ähm, ich lasse das einfach nochmal durchlaufen, weil das ist jetzt keine Arbeit, die ich im Stream jetzt noch drauf hocken will, mehr oder weniger. Ähm, man könnte nochmal gucken, wie hieß das Zeug, was wir brauchen? Naquadar, oder was? Äh, wir wollten die Dinger machen. Äh, Naquadar... Boah, es geht einigermaßen. Ist der beteuert denn halt? Wie oft will der das denn noch einschreiben? Äh, ja, aber du hast halt einmal manuell gemacht. Das zählt der halt nicht mit. Und der macht das halt alle 20 Minuten, sofern... Ich glaube, vier Shed-Nachrichten pro Minute sind oder sowas im Schnitt. Okay. Ja, gut, das lohnt sich ja dann auch nur, wenn Leute da sind. Ja, deswegen, also... Ja. Der macht das halt alle 20 Minuten. So, äh, also an sich haben wir jetzt... Äh, zehn Fuel grob gerundet. Weil der Commander-Hoot ist jetzt rausgedacht. Äh, äh... Ich hab's geschafft. Gibt's, war der nächste auch noch weg. So, warte, weil wir konnten im Ohr-Washer... Aus einem Nacquadar-Ohr... Konnten wir drei machen. Das heißt, äh... Zirka mal zwei Drittel. 160... Sind 50... Sind 100 in etwa... Durch 9... Machen wir mal 99. Das wären 11 Nacquadar... Plus... 26... Sind 37 durch... Das sind vier Fuel nur. Wir haben in der ganzen Zeit vier, äh, Fuel gemacht. Das reicht vorne und hinten nicht. Ja, Dampf ist immerhin voll. Das heißt, das können wir mal so durchlaufen lassen. Zwar werden wir höchstwahrscheinlich, äh... Ne. Äh... Tatsächlich machen wir, glaube ich, sogar Polyethylen Plus. Ja. Wie haben wir denn jetzt? Ich kann's grad nicht genau lesen. Äh, 9367. Wirst du mir das mal eben in WhatsApp oder sowas schicken? Und... Darüber sind 300... Ja. Mal gucken, vielleicht machen wir ja Plus. Ne, also ich würde tatsächlich jetzt sagen, einfach nur noch... Ich guck, dass das Tuff-Aloy abgegossen wird. Ja. Ähm... Ja, 40 Boron schon wieder. Was geht eigentlich von der Zahl? Hast du einen Follow bekommen, wa? Äh, ja, einen. Alter, der Name. Hm, Hexadezimal. 0x45d ist Hexadezimal. Also... Zumindest vermute ich das. Er war nicht im Chat drin oder hat nicht wirklich mit mir geredet. Äh... So, haben wir ja noch mal einen Bot? So. Ne. Also an sich... Äh, ja gut. Boron wird jetzt halt weniger. Das heißt, Boron und Stahl wird zu Farabon. Das mit Lithium. Und das sollte zu Tuff-Aloy werden, was tatsächlich mehr wird, anstatt weniger. Das heißt, das kann ich eigentlich ohne Probleme so laufen lassen. Schon wieder vier Boron. Das geht ja nicht vom Tempo her. So. Das Tuff-Aloy schmeiß ich nochmal wieder rein. Toi, jetzt hab ich ein Ohrwurm. Und jetzt los. Wann hört Jenny übrigens? Ja, ich weiß. Achso. Ich werd ihr auch bald, während ich streame, das Internet abkappen. Ja, wenn man sie leise im Hintergrund hört, ist ja nicht schlimm. Aber sie schreit teilweise einfach so dermaßen. Aber man hört sich auch nicht so gut. Na. Ne. Äh, okay. Das heißt, das läuft jetzt noch durch. Sind das wirklich Bots? Ja, jetzt sind alle raus. Okay. So, ja. Also, unter der Annahme, dass ich das richtige Verhältnis habe, was ich nicht ganz habe, äh, sind jetzt 27 Blocks, sind 200 Ingets ungefähr. Haben wir 600 Ingets noch. Plus, minus. Wow. Also, sollte, glaube ich, hinkommen dann. Weil ich würde halt super gerne nächstes Mal dann den Reaktor hochziehen und gib ihn. Weil das wäre dann wieder eine normale Folge und dann können wir den Umbau quasi dann in dem darauffolgenden Stream machen. Spielst du noch eine Runde, bitte? Da habe ich doch erst schon gesagt, dass ich erst mal so spielen will. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gleich machen werde. Bitte? Wir spielen auch mit. Was? Blunt's Tower Defense? Ja. Du hast das? Ja. Okay. Mein Meister. Definitiv. Wahrscheinlich genauso gut wie ich. Level 78 oder was. Ach du Scheiße. 68. Irgendwas mit 8. Sochti. Gut. Aber, ich würde erst mal sagen, vielen Dank für alle, die dabei waren. Für diesen mehr oder weniger spontanen Stream in der Woche. Morgen Abend geht's weiter. Wahrscheinlich mit Factory Town. Tom hat keine Zeit. Mal gucken. Vielleicht kriege ich ja Coding-Stream oder sowas noch hin. Dann machen wir morgen... Vielleicht. Ja. Ich glaube, es kann sogar was werden. Ja gut, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, Samstag wird dann wahrscheinlich wieder Minecraft kommen. Ähm. Und ja. Dann euch noch einen wunderschönen Abend. Wunderschönen Freitag. Lasst euch nicht die Laune verderben. Ist bald Wochenende. Und dann hören wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.